Wir könnten Giorgio, ne? Von der Flugschneise her. Wir könnten auch Lipovka. Was weißt du? Giorgio ist ja gut, da kommen bestimmt aber auch Leute her. Giorgio werden wir auf jeden Fall nicht alleine sein. Wollen wir Lipovka? Ja, machen wir Lipovka. Und raus. Ja, da fährt was. Da fährt was Richtung Lipovka. Unten auf der Straße. Wollen wir vielleicht hier vorne die Häuser runter gehen? Ey, da kommen wir an mir vorbei. Aber die Schüsse, die kommen hinten aus fucking Yasnaya, man. Oder die Dudes an der Mansion, das kann auch sein. Zone ist halt absolut Cancer. Au, nein! Was, hier ist ein AKM drin? What the fuck? Was? Der ist hinten am Eingang, glaube ich. Das ist der mit Motorrad gewesen. Dann ist er gleich mit Lipovka gefahren. Willst du meine, willst du meine UMP haben? Komm, hier rein. Der ist wieder abgehauen? Der kommt wieder. The fuck, alter? The fuck, alter? Ich gebe mir eben meinen Painkiller. Den habe ich wenigstens. Alter, what the fuck? Der war alleine hier, oder was? Das weiß ich nicht. Ja. Lipovka, ich würde fast Lipovka noch gehen jetzt. Ja, ich habe einen Dacia hier, vor Lipovka. Hier bei uns an der Straße könnte halt vielleicht noch was sein. Danke. Dann könnten wir die Häuser noch mitnehmen eigentlich, ne? Hier ist ein Gegner? Ja. Einer ist knockt? Ja. Lass, 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 lass zu den. Da kommt Motorrad. Motorrad. Da sind die Mails wahrscheinlich. Zone kommt, ne? Vielleicht sollten wir auch wegfahren. Ja. Ich habe nicht so viel Munition. Habt ihr irgendwie noch Heilung? Ich nehme mal Sprit mit. Wengerd raus. Ja. 2-2 fahren. Mal bessere Chancen. Geht rein. Ist irgendjemand was besseres als T1, ey? Ich habe keine Rüstung. Schon auch, darf ich dabei. Zone ist eigentlich okay, so. Good query noch. Kommen wir hier raus? Oben rechts, oben links glaube ich, oder? Warte. Warte. Okay. Mh. Einser. Haha. Wow. Nevermind. Komm, geht her, komm, geht her, komm, geht her. Hier komm, du kriegst die. Nein, nimm die, nimm die. Du hast den ersten Kill gemacht, hast den verdient. Kann man aber Schuss jetzt, oder? Nordwesten. Die waren Nordwesten 130 irgendwo so da an dem Dreh. Warte, ich höre. Auto? Ja. Ja. Können wir den zerballern, oder? Ja, den holen wir uns. Ja, den holen wir uns. Hard hit, hard hit. Hit, hit. Sollen wir aufpassen, falls die Snap haben? Ja, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, wir gehen jetzt, können wir das vergessen. Aber nehmen wir noch, hast du noch ein bisschen Muni? Ich kann Muni, kann ich geben. Äh, 5 und 6er. Hier, ich glaube mal 30. Okay, okay. Ich habe leider auch viel verballert. Aber nehmen. Die laufen wieder. Griffe hier noch. Die laufen jetzt hinten weg. Sollen die wieder zum Stein? Ja, wir müssen noch gucken. Keine Sniper zu haben, oder? Ja, noch haben sie uns nicht gespottet. Wieviel waren das? Drei Stück oder so, ne? Kannst du aufschließen? Ja, jetzt schießen sie uns. Ja. Laufen zum Haus. Und dann ist das drinne, das Haus? Ne, ist nicht drinne. Das Haus, die müssen da raus. Am Auto rechts ist einer. Hat einen Hit. Ihr habt Vierer, ne? Hat noch einen Hit. Und rechts in der Kuhle. Das rechte Auto, hinter dem rechten Auto ist einer. Ganz hinten durch. Ganz hinten durch der Zeit. Oh, SKS, ja. Ne, hinten durch der Hit, komm hier rüber. Der hat glaube ich drei Hits. Der hat einen T3 hinten drauf gehabt. Ich glaube das war der mit der SKS. Fällt. Ja, ich seh's. Warte. Ist grad Baum. Haben wir eigentlich First Aid? Der andere rennt jetzt auch rüber. Hat einen Hit, zwei Hit. Fuck. Scheiße, das ist der Scheiß Zaun, ne? Ey, fuck you, man. Der heilt sich. Der ist schon mal tot. Da ist noch einer zum Stein hin. Nockt, nockt, nockt. Aber der liegt direkt bei seinem Mate. Noch einer? Oben. Ne, der ist auch am Stein oben. Also beide Steine jetzt besetzt, ne? Beide Steine besetzt. Linker Stein kommt auch jetzt. Der will den hoch holen wahrscheinlich. Ne, der läuft weiter. Komm, den Kümmern, den Kümmern. Nice, nockt. Nice. Der andere muss hinten am Stein noch sein, oder? Ja, ja. Oder ist die Wände gelaufen? Ich bin die ganze Zeit auf 300 Zero. Kein Wunder, da brauchen wir nicht nix drauf, ey. Oder ist der weiter gelaufen? Sollen wir die gleich nochmal looten? Ne. Also ich hab leider keinen Helm mehr. Meiner ist gestorben. Der eine ist dann weiter gelaufen. Der muss hinten in der Kuhle gegangen sein, als wir auf den Linken geschossen haben. Müssen aufpassen, der wird dann 300 Grad irgendwo reinkommen. Ja, okay, lass uns weiter, oder? Ja, okay. Wir müssen dann, wir müssen, sollen wir ja, dann zirkeln wir über Westen, wa? Ja. Ich hab halt nur noch 42 Schuss insgesamt jetzt, ne? Ja, also. Ja, der ist so, ey, so. Das ist so, das ist halt so ein ungemütliches Gefühl, wenn man keinen Helm hat, ne? Schuss da? Mach ich, hast du noch 56? Nicht viel. 15 Grad. Hier? Direkt vor uns. Wahrscheinlich hier oben irgendwo an den Häusern oder so. 24. Ich sehe welche laufen, 105. Einer. Ähm. Schießt es auf mich? Aber die laufen rüber, ja, die laufen rüber. Wir haben keine Muni dafür, ne? Wir haben keine Muni, ne? Hier, gib dir nochmal, äh, 18. Die Zone ist gut. Danke dir. Wir müssen jetzt mal auf die Häuser. Ja. Sollen wir mal reingucken? Ne, ich muss. Hier ist auch. Dann ist auf. Dann ist auch. Ist alles offen. Ne, das war schon offen. Ja, das war schon offen. Ich bin halt so low, ne? Ich hab halt... Wir haben alle wenig Muni... Aber ist der Helm, ist da keiner mehr drin oder so, oder? Dass man zumindest noch einen Helm irgendwie... Wenger hat da keinen mehr. Könnt ihr noch ein Steps? Was? Hinter dem Haus Steps? Dachte ich jetzt. Ja, ich dachte auch kurz, aber ich glaub das waren wir selber. Ja? Ja, ich dachte auch kurz, dann hab ich mich umgedreht und dann warst du hinter mir und dann hab ich auch gedacht, okay. Ich hab halt nur noch 30 Schuss mit UMP, also ich hab halt insgesamt noch 70 Schuss oder so. Dahinten kommt ein Urz, 120. Die Typen, die wir vorhin gesehen haben, müssten ja auch da rüber kommen. Ähm, Richtung Norden seh ich nix. Ich muss mal bei dir mit an den Traktor... Okay, lass uns hier erstmal warten, dass die sich alle kaputt schießen. Ja. Wenn ich schreie Häuser, dann meine ich die Häuser auf 195 da. Ja. Alles klar. Links schießt auch. Häuser, Häuser, Häuser! Ja, Häuser. Direkt tot, direkt tot. Direkt tot. Und jetzt links schießt auch noch ziemlich... Häuser nochmal, Häuser, Häuser! Äh, Süden, genau Süden, Süden! Die kommen von der Saison rein! Einer tot! Hat sich einer hingelegt oder...? War direkt tot. Ja, das sind aber 2 noch gewesen, das waren 3er Team, das waren 3er Team. Der eine ist aber instant gestorben, ich weiß auch nicht wieso. Sind die außerhalb der Saison gestorben? Ja, sind welche außerhalb der Saison gestorben? Ja, ja. Die haben das nicht mehr geschafft, ja, ja. Sauber. Nice. So lange gecampt. Ey, dann haben wir doch die Schritte gehört, Mann. Das kann sein, dass das... Warte mal. Ne, da hat was... Das war auf dem Feld, glaub ich. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Im Feld, im Feld, im Feld. Und links von uns auch gleich. Geiß ohne Scopes, Mann. Gar kein Scope. Ja doch, aber so Fan-Kampf, mein ich. Sind noch 28. Sind die da halt 0? Lehen die da noch? Ja, oder? Ja, die sind da noch. Kann auch sein, dass die rüber crouchen, die haben halt so eine Ridge da. Und treffen da, witzigerweise. Die sind so mal kurz gepiekt und haben geschossen. Mal aufpassen auf die SKS, ey, die ist böse. Oh, du bist von der Seite abgeschossen, Major. Von links, von links. Was? Ach ja, ich hab keinen Helm. Ja, von links. Lul, die schießen auch von Major und ich krieg den Headshot. Der Schatten war nicht mehr. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Komm her, komm her, komm her. Geht nicht, ich tick zu schnell. Oh, scheiße. Ich schick's mir von links. Ich... Sorry. Im Problem, leider. Geht die Katz mir ein First Eight geben? Ja. Ich hatte noch ein First Eight. Ach so, dein letztes. Ich hab noch ein First Eight. Ne, dann halt, dann halt. Dann halt ich mich so hoch. Weil wir hier von links schießen die, ne? Anna Ridge. Aber die Song kommt auch, fuck. Okay, wir müssen jetzt gerade auspushen. Sollen wir vielleicht ein bisschen über den Nordosten sackeln? Aber die sind ja Anna Ridge, ne? Ja. Nordosten ist auch Smoke. Nordosten auch Smoke. Okay. Warte, ich smoke noch? Ich fände schon mal los. Ich fände schon mal. Sehr schön. Ja, Anna Ridge hast du gesehen, Major? Osten? Osten. Hier unten ist ne... Hier, ein bisschen weiter runter. Sohn ist gut für euch. Ich hole mir den Kill. Gibt nen Punkt. Ja, nice. Also das Team, was uns gerade beschossen hat. Ich sitze in dem Busch. Müssen wir aufpassen. Ich boost mich kurz. Ich hab nix mehr zum boosten. Aber die beschießen sich da gar nice. Ja, ja. Die haben halt die perfekte Ridge da vorne, ne? Um uns zu beschießen. Von dem Sumpf aus. Ich bleib mit Busch. Aber ich bin noch drin. Tatsächlich. Vielleicht haben wir Glück und die Sonne kommt noch weiter zu uns. Dann müssen die hier rüber laufen. Ich bin nur ganz knapp an der Ridge. Ah, ich seh einen. Warte, warte. Wenn wir safe welche beschießen können, machen wir das. Ja. Ja. Der hat nen Dreierhelm. 2 Stück. Hinter dem Traktor bei 120, Mario. Wenn ihr wenig Zeug habt, droppt eure Rucksäcke, ne? Wenn ihr genug Zeug habt, um das so mitzunehmen. Schallgedämpft kann schießen, das ist gut. Ich hab auch Schallgedämpft. Ja, auf 120. Quasi hinterm Traktor, der Hügel. Ja. Okay, hat mich gesehen. Hat Hit. Hat Hit. Ist Nockt. Einer Nockt. Ich krieg Füt. Feuer von der anderen Seite jetzt. Ah, Loi. Von der, von der. Süden auch. Süden auch. Pass auf. Die wollen uns. Alter, wenn du das schaffst, ey. Die sind einmal rumgefahren. Die, die schießen jetzt. Äh, Osten kommt. Ich seh, Osten pusht. Osten pusht in unsere Richtung. 190. Hat, äh. 2 U-Arts. Die sind hinter uns. Hinter uns. Osten kommt was, ne? Ich sag's nochmal. Naja. U-Arts ist safe, oder? Nein, U-Arts nicht. Ne, ne. Es sind noch zwei. U-Arts down! Einer! Ich hab nix mitzunehmen. Osten, Osten! Deck dran, Osten! Ich hab nur noch 26 Schuss. Ich hab noch 16. Hinter, hinter, hinterm U-Arts. Hinterm U-Arts. Ich heil mich kurz. Ah, ich bin locked. Ach, shit. Ich hab auch keine Muni mehr. Ne? Ne, ne. Boah, ist dann der Smoke. Drei Helm hinterm... Ich versuch den zu. Ich versuch den zu. Hinterm welchen war der? Den brennenden. Den von uns hast du gesehen. Rechten, rechten, rechten. Oh, fuck aus. 120. Tot, tot, U-Arts, tot! U-Arts, tot! Nice. Okay, nur noch einer. Der auf 120, 105. Ich cover euch. Ihr könntet Kitty wiederholen und safe machen. Achso, okay, ich komme. Warte, mach du, mach du. Deck du. Mayo Deck. Ich seh ihn. Mayo seht ihn. Give him, give him, give him. Noooo! Jawohl! Jawohl! Let's go! Let's fucking go! Die fucking Underdogs ohne Munition, ohne scheiß Ausrüstung. Versus fertig. Let's go! Let's go! Let's go! Press start. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!